E-Steno Liebe Christiane Tschur, mit großer Freude las ich in deinem YouTube-Kommentar zu der Einführungslektion von Jochen, dass du bereits vor einigen Jahren Stenografie auf dem Grafiktablett nutztest. In der Tat, die Zeit scheint reif, für diese neue Art von Stenografie, die wir auch neue Stenografie nennen könnten. Was hältst du davon, wenn wir uns öffentlich zu diesem Thema in YouTube austauschen? Zum Beispiel schreibe ich diesen Text als Videorespons zu deinem Kommentar in Fingersteno auf einem iPad, wobei ich bewusst auf Verstärkung verzichte, da ja die begleitende Tonspur jedes Stenorätsel auflöst. Über eine Stenovideo-Antwort würde ich mich sehr freuen. Es bietet sich uns die Chance, nachhaltige Stenofreundschaft zu pflegen. Alles Liebe, Friedemann, Sissi Beißer, Creative Commons Lizenz 2015, damit dieses alles wiederverwendet werden kann. für einen weiteren Stenovideo-Beitrag sein, der innerhalb von YouTube verlinkbar ist. Innerhalb von YouTube verlinkbar ist.